Was würdet ihr an einem Tag machen, wenn ihr wusstet, das wäre euer letzter? Alle Drogen der Welt reinballern, Alter. Nochmal in der Öffentlichkeit sagen, wie viele Spassen ich hasse in der Öffentlichkeit auspacken, wie viele Leute, wie viele hinterhältige Leute es gibt, wie viele dreckige Leute es gibt. Dann würde ich Sachen auspacken, die ich noch nie ausgepackt habe in meinem Stream, was ich über alle Menschen denke. Dann würde ich mir Heroin spritzen, dann würde ich eine Bank ausrauben. Boah, ich würde alles machen. Ja, also ich würde halt die letzten Momente mit meiner Familie noch verbringen und halt einfach mit den Liebsten untergehen. Nichts religiös ist das, oder so? Ich? Ja, die beiden. Was? Nichts religiös, oder so? Ja doch, also wenn ich jetzt ernsthaft anwunden würde, ich würde die ganze Zeit beten, mit meiner Familie chillen. Ja, sowas.